Multilingual. Deutsch. Schnell und einfach. Die Farben. Rot. Rot. Grün. Grün. Gelb. Gelb. Und jetzt du. Welche Farbe ist das? Rot. Und weiter. Blau. Grün. Gelb. Rot. Und jetzt du. Welche Farbe ist das? Grün. Blau. Blau. Schwarz. Schwarz. Rot. Rot. Gelb. Gelb. Grün. Grün. Und jetzt du. Welche Farbe ist das? Gelb. Einmal noch. Grau. Grau. Blau. 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 Grün. Grün. Schwarz. Schwarz. Welche Farbe ist das? Blau. War doch gar nicht schwer. Blau. Grün. Grau. Gelb. Rot. Schwarz. Mach jetzt den Deutsch-Test. Du findest den Link in der Beschreibung. Ja. Wenn dir das Video gefallen hat, schenk uns ein Like. Und abonniere unseren Kanal. Oder schreibe etwas in die Kommentare. Ja. Okay. leisein. whilst... Beatle. deux... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020